Leute, wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen und nämlich haben wir eine neue Treppe gebaut. Wie ihr sehen könnt, Leute, der Abstand wird immer größer und größer und größer bis hin, wo es eigentlich schon fast unmöglich ist. Und das heutige Thema, Leute, alles was auf dem Kopf steht, wir haben einmal das Gefühl Joy, also Freude und das Gefühl Disgust, Ekel. Und der Gewinner, Leute, der wird überglücklich sein und der Verlierer wird sich von allem ekeln. Lasst gern Like und Abo da und wir starten rein. Und mein heutiger Gegner ist Russik Pupsik. Ich bin ready to go. Herr Russik, der ist schon klar, wenn du verlierst, dann wird alles für dich ekelhaft sein, selbst geht die Arschbein wird ekelhaft. Es ist egal, egal, ich werde gewinnen. Okay, dann würde ich sagen, Russik, du weißt, wie die ganzen Treppenexperimente klappen. Ich würde sagen, du spawnst einen Random Vehicle, ich spawn einen Random Vehicle und dann werden wir das machen. Ja, okay, guck mal Random Vehicle an. Bam, fertig, easy. Oh, okay. Soll ich noch was sagen oder soll ich einfach gewinnen? Ja, fahr einfach mal vor und reden. Hauptsache, du redest irgendwas von, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 jump Potential. Wie, du bist so hooker, jump? Oh, oh Gott, das kann ich auch noch schaffen. Oh Gott, Gott sei Dank. Das kann ich noch schaffen. Äh. Äh, Bro, Bro. Leute, so ein OP-Auto und er schafft es nicht. Bro, Bro. Oh Gott, Leute, wir können es nicht schaffen. Oh mein Gott, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es, Leute. Ich muss es doch schaffen, hä? Oh Gott. Warte, Leute, ich habe es gerade echt gut gemacht. Ja. Warte, bitte, bitte, bitte. Let's go, bitte. Nee, krieg dir nicht hin. Ja, äußert mein Auto es nicht schafft. Ich nehme mal nochmal Anlauf, ich versuche mal die Strecke mit Anlauf zu fahren. Vielleicht fliege ich irgendwo in den Fall across the map. Warte, warte, ich glaube, ich schaffe es. Danke. Leute, aber ich bin auch drauf. Ich habe uns beide hochgeschleudert. Danke. Oh nein, das nächste schaffen wir auf gar keinen Fall dadurch. Oh, okay, Leute. Warte, ich versuche noch einmal. Ey, das ist unfair, hallo. Ich bin gegen dich geflogen, bist du unter, du hast den Weg. Nee. Das geht, das geht, das geht. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, jetzt, guck mal jetzt, guck mal jetzt. Letzter Versuch, letzter Try. Der muss einfach nur gut landen, dann geht das. Ja! Letzter Try. Nein, nein, du hast Schraub stehen, letzter Try. Nein, du bist runtergefallen, Leute. Unentschieden. Wie, ich war doch drauf. Ja, noch mal ein Auto spawnen. Rustig, nein, du bist runtergefallen. Wieso noch mal ein Auto spawnen? Ja, weil die unentschieden ist. Ach so, noch mal? Ja, ihr noch mal. Oh, Gott. Guck mal, nur weil er gesehen hat, dass ich es nach oben schaffe. Oh, ah, mir. Guck mal, du musst ja schon direkt von der neuen Trette wieder schreien. Du hast neuer Trette. Ja, Bro. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott, meine, meiner klettert, meiner klettert. Oh, Gott, meiner klettert, oh, gut. Oh, nein, oh, nein. Bro, Bro. Das wird nix, Freunde. Wo willst du denn? Du bist schon in der Nähe von mir? Ja, also ich kletter gerade hier auf 10. Warte. Bro, du kommst ja. Oh, Gott. Oh, du kommst. Ups. Du kommst ja wirklich. Ja, willst du mich jetzt noch abschließen? Ach so. Nein, 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 niemals. So, kletter mir kurz hier drauf. Du kannst dann einfach aufgeben. Gott. Oder nicht. Du kommst ja, meiner klettert. Übel stark. Nee, hier ist bei mir, glaube ich, Stopp. Oh, hier ist bei mir immer noch klettert. Oh, 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 meiner klettert, meiner klettert. Oh, 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 meiner klettert. Ja, kannst gerne klettern, Bro. Du musst ja nur fünf Stufen noch klettern. Ja, 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 machen wir, Freunde. Oh, Gott, das erste Battle direkt so ikelhaft. Und, nein. Hier ist, glaube ich, Stopp bei mir. Oder? Gibst du auch endlich, oder was? Oh, mein Gott. Hab mich hochgeschossen. Boah, ich schaff's nicht mehr. Bei mir ist, glaube ich, Stopp. Oder? Ja, bei mir ist Stopp hier. Leider. Okay, Leute. Der erste Punkt geht an Russik. Guck mal, den hast du hier verdient. Davor, der wäre unverdient. Der vorher wäre unverdient gewesen. Ja, easy, kein Problem für mich. Okay, du darfst das erste Paar hier auswählen. Und zwar entscheidest du dich für dieses Joy-Auto, für dieses Disgusted-Auto. Bro, Sek. Ich nehm den. Okay, er hätte wahrscheinlich auch gut, sag ich dir ehrlich. Wenn ich auch so klettern könnte. Wie kann man nochmal bouncen mit den Autos? Oh, weiß ich, ehrlich gesagt, nicht mehr. Bounced mal, ich fahr los, mein bester, ne? Das ging doch irgendwie. Oh, 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 guter Jump, guter Jump. Noch mal ganz bisschen rübergerollt, Freunde. Oh nein, hier ist komplett Stopp. Ich glaube, ja, du wirst das gewinnen. Alter. Alter. Ja, 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 Leute. Alter. Ich hätte mir aber auch für dein Auto entschieden. Jumpst du? Alter, ja. Alter. Ja, Leute, das ist geil. Nee, nee, bei mir ist vorbei, Russik. Bei mir ist vorbei. Ja, okay, dann fahrne ich weiter. Damit steht's. Easy 2 zu 0 für Russik. Ich bin der Experimenten King und deswegen... Jeder sollte die Treppe mit nach Hause nehmen. Komm, Leute, redet. Russak redet so viel. Jeder sollte die Treppe mitnehmen. Ja. So. Oh, Digger. Ey. Ey. Was ist los? Was ist los, Bro? Guck, was ich gespawnt habe. Super, super zum Klettern, Bro. Ich kletter schon mal los, ja? Mach, mach, mach. Ey, Leute, keine Ahnung, woher Russik immer so viel Glück hat. Aber der kriegt die krassesten Autos. Ich bin mal gespannt, wie weit so ein Auto... Er sagt Glück. Er sagt Glück, Mann. Es hängt da hin, du fällst schon. Bro, soll ich jetzt schon aufhören? Versuch mal. Ich bin mal gespannt, wie weit deins Frank... Oh, deins kann auch klettern. Oh Gott. Was habe ich geschafft? Meiner kann klettern. Auf jeden Fall. Meiner macht so Spinnerino. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, ist vorbei. Jetzt schon? Ja. Okay, dann kletter ich nicht mal weiter. Shit, wie viel? 3,0? 3,0, Leute. Oh mein Gott, werden wir heute eine zu Null-Klatsche bekommen? Ich hoffe nicht, weil jetzt wird das Auto erstmal wieder entschieden, Leute. Es sind Polizei-Auto-Battle. Und Russik, ich bin mal gespannt, für welches Auto du dich entscheidest. Ich bin die Co-Battle nicht. Doch, nehmt sie. Okay. Okay, oh, Leute, guck mal hier, das kastet noch schön innen drin, so ein bisschen grün-Interieur. Ist halt ein Polizei-Auto, Freundin, ne? Deswegen kann man da jetzt nicht so viel grün machen. Und ich bin mal gespannt, wie weit rustig du, wie weit riefkommst. Ne, ich habe mich falsch entschieden. Der klebt am Boden. Das ist so ein Boden. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ja! Ah, du auch. Warum freust du dich so, hä? Ja, deiner ist besser. Hä, warum freust du dich so? Ja, ich habe gehofft, dass du kleben bleibst, weil du eben so rumgeheult hast. Hä, was ist denn los? Ah, du bleibst hier hängen. Oh, soll ich überhaupt noch weitermachen? Ich glaube nicht, ich versuche noch einmal und dann gucken wir mal. Oh, nein. Ne, ne, ist komplett vorbei. Leute, 4 zu 0. Oh mein Gott, Freunde. Also keine Ahnung, wie der Junge das macht, Freunde. Ich würde sagen, ist nicht schlimm, Freunde. Ab jetzt hoffentlich fangen wir mal wieder an, die 12 Punkte machen. Wir machen zwei Autospawn und eins davon auswählen, Rustig. Eins. Oh mein Gott. Super. Eins. Ja. Wie geht's? Nicht so gut bei dir? Super. Oh Gott, Leute, ey, wirklich. Wir haben nur Müllautos. Also gut, der SUV könnte vielleicht, aber er ist zu tief, Leute. Ich glaube nicht, dass er irgendwas kann. Bist du schon losgefahren? Ne, ich müsste kurz den Möp laden lassen. Ja, okay. Oh Gott. Oh, oh, oh. Wir machen hier Hauptsasser, wir machen hier Hauptsasser, wir machen hier Hauptsasser. Oh Gott, ich komme weiter, komme ich nicht. Ey, das kann nicht wahr sein. Hast du mich gesehen, wie ich da vorbeigejumpt bin an dir? Ja, hab ich. Wir sind Gras, Zipfer. Und du kalten schaffst dir trotzdem nichts noch, ne? Was ist denn los heute? Ne, das war's bei mir, Freunde. Bro, willst du eigentlich aufgeben? Ich hab gar keine Chance gerade. 5 zu 0, ich geb's nie auf Russisch. Guck mal, wie viele Autos noch da sind. 5 zu 0, wie lange ist das ja, dass du so eine große zu 0 Führung? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall darfst du nicht für das nächste Auto entscheiden. Naja, war ja klar, dass er sich dafür entscheidet. Aber ich bin mal gespannt. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch geholt. Echt? Ja, aber es passt halt zu dir, weil du wirklich auch ekelhaft bist. Deswegen musst du das Gastered Auto holen. Ich bin gerne ekelhafter. Oh Gott. Ciao. Oh nein, das Auto ist Müll. Oh Gott. Ja, das ist ja so schlecht. Mein Auto ist doch so schlecht. Echt? Kommst du nicht mehr weiter? Irgendwie nicht, ne. Oh Gott, Leute. Ja, mir kommt es aber auch nicht weiter. Mir ist dann so gut wie die Komme weg. Ich muss das Schläge fahren, so komisch. Gerade habe ich es. Ich muss einen Bogen fahren. Ja, Rostik. Wie lange du versuchen willst, brauchst du noch? Ja, ich bin zwei Sekunden am Auto. Er holt schnell rum. Ja, Bro, ich mach doch gerade auch. Ich bin doch... Ja, du musst halt nicht acht Jahre lang was versuchen, wenn es eh nicht klappt. Mein Bester. Ja, Bro. Oh, ein bisschen versuchen. Das muss doch sein. Hey, Leute. Guck mal, wir müssen jetzt auch mal hier ganz kurz einmal durch... Nee. Du schaffst ja auch nicht mehr. Nee, das ist auch das Mögliche. Egal, ich schenke dir sogar den Punkt. Ich würde... 5 zu 1. Wir hoffen, ich können jetzt unser Comeback starten. Aber wir machen natürlich als alle erst noch mal zwei Autos spawnen. Und eins dem Gegner geben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du schlecht hast, ob du auch ein gutes Bekommen. Ich muss dir das normale GTA-Auto geben. Bringt leider nichts. Ich gebe dir Ghostbusters. Leute, jetzt sind die Ghostbusters. Kriegen wir den Geist der Treppe gefangen oder wird Russik als Geist vor uns rausstürmen, Leute? Ich glaube, mein Auto... Ich glaube, eins wird besser sein. Meins hat schon mit dem allerersten Probleme gemacht. Noch einen Jumper mit der Treppe mitgenommen. Oh mein Gott, wir haben das schlechteste Auto. Wir haben das schlechteste Auto gefunden. Ich bin auch down. Nein, nein, nein. Wir haben das schlechteste Auto, glaube ich, gefunden hier. Für dieses Projekt. Echt? Schaffst du gar nichts? S2 habe ich jetzt geschafft. Oh, warte mal. Im richtigen Winkel geht's. Im richtigen Winkel geht's. Aber ich glaube, hier wird's jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, so wichtig. Warte, warte. Warte, bitte. Ich hätte sogar noch einen Stupser machen können. Ich habe nichts gemacht. Oha. Ghostbusters. Was ist das? Ja! Let's go, Freunde. Yes, okay. 5 zu 2. Und wir dürfen uns für das nächste Auto entscheiden, meine Lieben. Und, ja gut. Boah, ich bin... Ey, ich sag dir ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, der Mansory hat halt Sprungfunktion. Der könnte gut springen. Der will... Ich rede mit der Mansory. Ich muss es versuchen, Bro. Was für Sprungfunktion? Also ich meine, dass ich da vielleicht einen guten Jump hinlege. Oh mein Gott, so schnell. Okay. Okay, Frau, ich muss dir dich leider enttäuschen. Du hast leider das falsche Auto. Weil springen bringt dir gar nicht so viel. Die bis ganz viel zu hoch. Oh Gott, ich habe das falsche Auto. Warum? Ich weiß nicht, Brot. Uh. Du hast das richtige Auto. Ich habe das falsche. Ja, was denn du? Was denn? Was denn du? Das Ding ist halt... Guck mal, das hat vorne AM. Weißt du, das ist meine Initiale in AM. Das ist meine Initiale, deswegen musste ich das kurz holen, Leute. Es tut mir leid. Ja, Bro, deswegen hast du auch verloren. Aber ich komme nicht weiter. Damit steht es 6 zu 2, Freunde. Und wir werden wieder random Vehicles spawnen. Russi, komm mal bitte wieder zurück. Ja, ich bin auf dem Weg gerade. So, okay. Würde ich sagen, jeder von uns spawnt drei Autos und muss das kleinste davon holen. Okay. Eins. Eins. Zwei. Das ist mein kleinstes. Hier, Leute. Ja, das ist mein kleinstes. Mega, ich kriege gerade nur Flugzeuge. Was ist das denn? Aber nichtsdestotrotz vom Reins, aber das ist das kleinste bei dir. Ja. Ich habe kein Motorrad bekommen, Alter. Nee. Meins ist leicht erhöht hier mit den Reifen. Das könnte vielleicht... Motorrad wäre sogar jetzt besser als vom Reins, denke ich. Ich bin mir echt gespannt, wenn jemand der erste ist Motorrad spawentig, ob das was bringen wird. Das finde ich schon. Also, du hast kein Wheelie-Motorrad. Fuck. Was ist das? Das ist so ein Formel 1-Rotos, was so schnell ist, was so durch hochpackt. Oh, ja. Oh, Gott, ich komme wieder kurz richtig. Oh, ja. Was ist los, Bro? Ja, Leute. Schade. Bro, wo bist du? Ja, okay, ich glaube, das werde ich nicht mal einholen können. Bro, was ist heute los hier, die Treppe? Damit steht es 7 zu 2. Russe, komm, wir machen direkt weiter. Ich darf nicht aufgeben, weil wir haben noch genug Autos, womit wir ein Comeback vielleicht starten könnten. Aber du darfst erst mal eins von den neuen Autos aussuchen, Russik. Ja, ich nenne den Ruhari. Ja, war klar. Leute, den hätte ich auch geholt. Der hat es auf jeden Fall drauf. Weil er es drauf hat. Hat er es drauf? Ich glaube schon, ja. Hat er es drauf, Bro? Oh, ja, du hast mich runtergeschubst. Oh, danke. Für den Boost. Dafür nehme ich das hier mit hier wieder. Ich habe dir schon einmal einen Punkt gerettet, als ich dich angeschubst habe. Ja, aber du, du wärst ja sonst nicht weitergekommen. Also ist auch das Stuck gewesen. Nee, ich bin safe. Hey, warte mal, ganz kurz. Wenn du runterfällst, wenn du zweimal runterfällst, ist es komplett vorbei, ne? Boosten? Ich bin, ich bin noch kein einziges Mal runtergefahren. Ich sag nur, ich sag nur, weil du es gerade versuchst, ne? Ich will nur ganz kurz wieder gesagt haben. Alles gut. Alles gut. Ey, ich will es nur gesagt haben. Ich bin über dir. Kommst du überhaupt hier hoch? Ich glaube nicht. Nee, das war's wieder, Freunde. Damit steht es 8 zu 2, Leute. Guck mal, wie wollte ich nach oben kommen. Diese Treppe ist ja geisteskrank, Alter. Krank? Oh mein Gott. Die Treppe ist echt schwer, Leute. Da sind echt, da sind andere Autos, funktionieren und das besser. Soll ich die Treppe mal schaffen oder nicht? Mach, wenn du willst. Versuch's. Okay, Leute. Rustig ist weit. Oh mein Gott. Bro, guck dir das an. Ja, das Ding kannst du wirklich schaffen. Ey, komm, ich habe keine Lust. Das wird echt zu lange. Aber komm, wie weit diese Autos hoch können. Ja, das ist, glaube ich. Also kann man, glaube ich, sagen. Also Rocket Auto kann auf jeden Fall die Treppe schaffen. Rocket Auto kann die Treppe schaffen, meine Freunde. Aber wir gehen wieder zurück zu den anderen Autos. Okay, Freunde. Er hat es ziemlich weit nach oben geschafft. Ich würde sagen, Rustig machen jetzt. Wie geht's dir heute? Mir geht's okay. Mir geht's eine neue Treppe. Wir machen drei Autos spawnen und das Größte müssen wir holen. Bro, ich mache es so, dass du nie wieder diese Treppe spielen willst. Uuuuh. Okay, der BMW ist bei mir das größte Auto. Ich habe jetzt hier so einen McGill Olsen. Ich glaube, der Punkt geht tatsächlich an dich. Weiß ich nicht, Digga. Guck mal, wie tief wieder alles bei mir gelegt ist. Oh, ich habe irgendwie so einen Construction Cowboy-Wagen. Oh, mir ist fast ein Vogel in der Windschutzscheibe geflogen. Hier haben wir auch nicht schon Probleme. Äh. Ich komme. Ja, dein Auto kann gut klettern. Ich kenne das. Nee, bei mir ist wieder komplett vorbei. Was kann das? Gut klettern? Deins? Ja. Gut klettern. So. Bro, geht's eigentlich noch gut? Äh, ja, geht's noch gut. Und, äh. Okay, ich glaube, das war nichts. Das ist nichts, Leute. Und damit steht es unentschieden immer noch 8 zu 2. Ich darf aber das nächste Auto auswählen. Und ich gehe. Kannst du gerne machen. Ich glaube, ich gehe für den McLaren. Ich gehe für den McLaren. Ich glaube, der hat genug Speed, dass er überall hochklettert. Das kann natürlich sein. Aber ich, ich bin Talahun. Oh Gott, oh, meiner jump direkt. Oh, meiner jump direkt. Ciao, Bro. Ich glaube, das wird nichts für mich. Ist okay. Oh, doch, bisschen klettert er schon. Oh, meiner klettert sehr gut sogar. Der ist so schnell, dass er klettern kann. Oh Mann, das war's, oder was? Ah, jetzt. Wir brauchen mal Anlauf. Ich habe mal Anlauf gebraucht. Bis jetzt, halt dich mit, Bro. Wollte ich nur sagen. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt auch. Du hältst auch gut. Aber das sind zwei richtige krasse OP-Autos. Davon nicht vergessen. Nein, nein, das war's. Glaube ich. Ja, 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 ja. Sag mir nur aufgeben. Seid ihr doch einen Punkt gegönnt. Okay, damit steht es 8 zu 3, Freunde. Also wir müssen jetzt wirklich mal uns ein bisschen ranhalten, dass wir ein dickes Comeback machen. Aber wir machen jetzt drei Autos spawnen rustig und eins davon auswählen. Also relativ, relativ simpel, mein Freund. Du willst jetzt wirklich, dass ich mein Glück... Oh, oh. Oh. Weiß nicht, ich nehme es trotzdem. Zwei. Oh nein, du hast ein Motorrad. Ja, wir gucken, ob das ein Motorrad ist. Ja, GG, du musst ja gar nicht losfahren. Oh mein Gott, ja. Bro, das ist ein OP-Motorrad. Ja, GG. Oh mein Gott. Aber wir sind gespannt, Leute. Wir geben mal ein bisschen Gas hier. Digga, das ist noch voll schnell, ne? Ja. Und das kann so geistkrank Wheelies ziehen. Ja, okay, ich gebe auf. Jippa! Leute, acht, vier. Okay, ich schaffen wir... Machen wir gerade ein kleines Comeback? Ja, ich würde fragen, schaffen wir ein kleines Comeback, Leute? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, wir steigen jetzt... Oh Gott, was für ein Auto holen wir? Okay. Oh Gott, ich hole die Convette. Mit den vielen Rädern, weil es sechs Räder hat, kann es eventuell besser klettern. Ich bin mir noch unsicher. Brosek! Wo hast du den Cullinan? Du fliehst den Cullinan, ja. Bro, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gerade ein Comeback ansteht. Der Cullinan ist, glaube ich, absolute... Oh Gott, das absolute Bruch, Bruder. Ja, hätte ich mir auch vorgestellt, aber... Der driftet komplett. Aus dem Weg. Du bist jetzt für mich reingefahren, Digga, dafür konnte ich nichts. Aus dem Weg, Cullinan muss durch. Oh Gott. Sag mir nicht, ich komme weiter. Oh Gott, der Cullinan kommt vielleicht sogar echt weiter, Leute. Digga, der hört sich so an wie so eine... Oh Gott, der ist... Obwohl, der klettert echt nicht schlecht. Also, ich sage dir so, wie es ist, ich glaube. Ja, ich glaube, der ist besser. Der Cullinan ist besser. Der Cullinan ist besser, Leute. Damit steht es 9 zu 4. Schade, Marmelade. Aber, Rustik, wir machen jetzt drei Autos spawnen und das Mittelgroße nehmen. Komm ran, Leute, wir müssen uns ranhalten. Wir müssen versuchen irgendwie... Eins, zwei... Oh Gott, ich habe ein Auto von den Zukunftsdingen schon gespawnt. Jawohl. Darfst du einmal das Menü upgraden, wenn es Mittelgroß ist? Ja, ja, ja. Wenn es Mittelgroß ist. Ist es. Ach, schade, Leute. Ist es? Ich brauche das ganz schön, weil ich es kriege. Also, mein Motor ist das kleinste. Ich gucke jetzt, ob ich Jump bekomme. Bist du ready? Digga, hätte ich das Motorrad bekommen, dann hätten wir beide Jumpkriegst. Oh, Mini-Jump. Ja, aber damit hast du, glaube ich, schon gewonnen. Mini, Mini, Mini-Jump. Wir müssen gerade echt gucken, welches... Egal, ich glaube, das ist vielleicht echt sogar der Mini-Jump. Okay. Wuhu. Der Rolls-Häusler, das ist der Mittlere. Ich brauche das hier nicht mal die Treppe hoch, weil ich diese Taufe bekomme. Das ist gut, wir können jetzt gucken, wie gut der ist. Und dann können wir gleich für die Challenge entscheiden, ob wir das holen oder nicht. Rubisch? Äh, ich fange jetzt an. Ich fange jetzt los. Ich muss ja gerade nur gucken, welches mein mittleres ist. Oh, ich habe so einen Mini-Jump. Oh, moin. Moin. Ja, aber du wirst das Gewinn, Bro. Du wirst das Gewinn. Kommt mal ab, hier fange ich an, schon Probleme zu haben. Und du machst aber Wuppsasa. Ja, Leute. Das wird leider nichts. Einmal versuchen wir es noch. Mein Mini-Jump ist halt der Game-Changer. Ich muss doch ja jedes Mal warten, bis du neu gelandet bist. Okay, das war's. Joseck, der Punkt geht an dich. Damit schießt es 10 zu 4. Oh, was ist denn los? Bin ich der Treppenmeister heute? Heute bist du der Treppenlacker, ja. Das stimmt. Treppenlacker. Also ich sage mal so, ich nehme sogar extra Porsche, weil du Porsche magst. Naja, du kleiner, ekelhafter. Na, damit du ein bisschen noch ein bisschen mehr gekränkt bist. Ekelhafter, Leute. Weil sich jetzt noch ein Porsche abzieht. Das ist ekelhaft. Oh, eigentlich ist das nicht gut. Ja, mein Bugatti ist auch nicht gut. Ey, ist irgendwie gut. Ups. Danke. Ja, bitteschön. Danke, Bro. Ist egal. Leute, ist eh egal. Ich konnte nicht bremsen. Schaffst du so? Ich konnte nicht. Nee, nee, schaffe ich nicht. Oh mein Gott. Ich konnte nicht bremsen. Ich konnte es nicht bremsen. Ich will ja nichts sagen, aber... Warte, warte, rückwärts, rückwärts kam der gut. Was sagst du, dass Porsche jetzt hier sogar den Punkt für mich noch holt? Ja, Porsche hat es verdient. Porsche ist ein gutes Auto. Leute, muss ich sagen, Porsche ist ein Top-Auto. Aber ich würde sagen, damit hat Rustic den nächsten Punkt, Leute. Wir können nicht mehr gewinnen. Wir machen jetzt die nächsten Autos einmal durch. Rustic, da du gewonnen hast. Welches willst du haben? Willst du den Rolls-Royce haben oder willst du den Zukunfts-Lambo haben? Warte, ich muss hier kurz... Komm, so, ich nehm... Ähm, ich nehm den Lambo. Okay. Warte, jetzt frage ich wieder. Den bin ich eben schon gefahren. Auch wenn ich sogar glaube, dass der Rolls-Royce besser ist, als der Lambo. Nee, den bin ich eben schon gefahren. Der kam nicht gut. Ach, still, du bist die mehr mitgegnadet? Oh, auf Wiedersehen. Ich seh dich gar nicht. Also ich musste hier neu laden kurz. Ja, ja, dann komm mal, Leute. Bei mir gab es keine Fläche vor mir. Ja, guck, das meine ich, der ist echt nicht gut, der Rolls-Royce. Ja, der Lambo war gut. Also bis dahin. Und das war es auch schon. Genau die Fläche, die nicht klar war. Ah, Leute, schade. Rustic hat das ganze Ding gewonnen. Komm, ruhig, es macht das letzte noch. Diesmal entscheide ich. Bro. Bro, bro, geh weg. Geh weg, bro. Lass mich einmal hier mal, gutes Abend, Leute. Ich bleibe heute mit dem Auto hier probieren. Weißt du, was ist traurig ist? Ich glaube, ich habe sogar das bessere Auto. Weiß ich nicht. Guck mal los, unten diese Haken-Dinger. Ich weiß nicht, ob die da blockieren oder so, weißt du? Bro, du denkst wirklich, du schaffst es irgendwann mal weiter als ich? Hä? Äh, ich bin der Treppenkönig, Bro. Ciao. Sag doch. Boah, das war echt gut. Das war echt gut. Oh mein Gott. Boah, die sind, die Kraute sind krass. Du wolltest gerade wirklich gewinnen? Oh Gott. Du wolltest gerade wirklich gewinnen gegen Rick und Morty? Gegen Rick und Morty. Okay, doch, gewinnst du. Ich komme hier nicht weiter. Warte, warte, warte. Der geht hier hoch. Der geht hier hoch. Warte mal. Oh Leute, ich muss das erst noch. Das muss ich erst ganz kurz laden. Warte mal, warte mal. Du schaffst hier gar nicht hoch. Nee. Oh mein Gott. Hier ist Stopp. Hier ist Stopp. Hier ist Stopp. Nein. Oh, warte. Wie? Hä? Wie hast du es geschafft? Rückwärts. Oh. Oh. Nochmal richtig entschieden, Freunde. Warte, warte, warte. Du wirst jetzt auch noch da am Start. Oh mein Gott, wirst irgendwas gehen. Guck mal, wenn Rick und jetzt noch kommen. Du denkst wirklich, du hast dich richtig entschieden? Ich glaube nicht. Oh Gott, hier macht er ein bisschen Probleme. Ich bin immer noch da. Oh mein Gott. Ich bin noch da. Noch bin ich da, Leute. Noch bin ich da, Freunde. Oh mein Gott, ist das nochmal. Nein. Nein. Ich glaube, das war's für Rick und Morty. Aber hey, wie lustig war die letzte Runde nochmal. Okay, das war die letzte Runde, Freunde. Rustig, bist du Joy? Willst du heute die ganze Zeit glücklich sein oder willst du heute angeekelt sein? Ich bin heute Joy. Ich bin happy und du kannst schon eklig nach Hause gehen. Weil Rustig ekelt mich heute nur an. Wenn euch das neue Treppe-Experte gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Armin. Checkt Rustig ab. Tschüss, bitte. Tschüss.